Garten of Bun-Bun ist eigentlich auch schon wieder richtig lange her. Ich frag mich, ob es da nicht vielleicht wieder irgendwelche lustigen, coolen Games zugibt. Ich glaube, ich guck mal da. Ein paar Sekunden später. Hugo Bob? Wer ist denn Hugo Bob? Das müssen wir spielen. Das muss ich sofort runterladen. Hugo Bob? Wer will den denn? Oh, das brauch ich unbedingt. Aber wer ist denn Hugo Bob? Ja, ich kann dir sagen, was da versteckt wird. Hugo Bob. Hugo Bob. Hugo Bob. Ähm, Leute? Ich glaube, ich habe Angst. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu Wir müssen Hugo Bob finden. Oder besser gesagt zu Funny Park. Okay. Was ist das denn für ein Einhorn hier? Oh mein Gott, kann ich das Schwert nehmen? Nee, kann ich nicht. Eins plus eins ist zwei und zwei plus zwei ist vier. Ja, das sind sehr interessante Sachen, die wir hier haben. Ich würde mich trotzdem fragen, was... Oh, hier ist ein Schlüssel. Oh mein Gott, ein riesiger Schlüssel. Warum ist der Sound so extrem verstörend und so extrem komisch? Kann mir das mal jemand sagen? Wie mache ich denn das auf? Ah, hier. Okay. Okay. Okay, Shoot the Elections. Okay. Einfach auf die Boxen ballern. Oh, nice. Wir haben eine Waffe. Toll. Okay. Hugo Bob. Und hier kann man kleine Hugo Bobs mitnehmen. Und hier ist ein riesiger T-Rex. Und ich muss wahrscheinlich den Kasten finden, oder? Kann ich Hugo Bob auch einfach abschießen? Sorry, Hugo Bob. War keine Absicht, Hugo Bob. Ja, wie sieht das denn hier aus, ey? Oh mein Gott. Schaut mal, das sind übelst die verstörenden Spielzeuge. Hier hätte ich aber gar keine Lust, mich als kleines Kind zu beschäftigen. Shoot the Ice Cubes for was? Ich hab Angst, Leute. Ich geh jetzt einfach mal hier rein, oder? Ne? Äh, was? Warte mal, warte mal, warte mal. Warte, 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 warte. Soll ich das... So. Nein, 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 nein. Warte, soll ich das hier rein machen? Soll ich das... Warte, bleib doch jetzt mal still jetzt. Oh, Junge, Junge, Junge. Egal, dann geh ich einfach hier hoch. Ich seh nichts. Was muss ich machen? Hugo Bob, kannst du mir vielleicht mal helfen? Ah, das hat ja nicht so gut funktioniert. Vielleicht, warte mal. Ah, hier muss ich's rein. Ja, ja, okay, verstehe. So. Okay, alright. Und jetzt? Krieg ich hier noch einen? Und den muss ich auch wieder da rein machen, oder was? Okay. Oh, wie viele sollen's denn sein, Mama? Oh, ist das ein tolles Spiel, ja. Sowas hätte ich auch gern gespielt als Kind. Nein, da rein. Da rein jetzt. Ich hab ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Vor allem hab ich... Genau. Und Hugo Bob ist weg. Wo ist Hugo Bob hin? Könnte mir irgendjemand sagen, wo Hugo Bob hin ist? Boah, ich will nicht. Kann ich nicht auf dem T-Rex reiten, um mich selbst zu verteidigen? Oh, was war das bitte? Oh, no. Ähm, Shooter, Electrical Boxes. Äh, in der... Was? In... In der korrekten... Ding, ja. Ich... Ich seh ja gar nichts. Ach so. Also, erst das da. Dann das da. Dann das da. Und dann das da. Nee, also warte. Er hier? Ach so, muss ich auf die da oben schießen, oder wie? Okay, was wollt ihr genau von mir? Okay, ich schieß erst auf den. Alright, 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 alright. Dann auf, ähm, ähm, den da. Mhm, 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 mhm. Den da. Mhm, 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 mhm. Und dann den da. Keine Ahnung, was das soll. Das ist weder die Erde noch sonst was. Das könnte hier höchstens Jupiter sein, aber das glaube ich nicht. Dass die Erde und, keine Ahnung, das andere, weiß ich nicht, Venus oder Merkur, was das darstellen soll. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich's mit der Angst bekomme. Oh, natürlich fallen wir runter. Selbstverständlich fallen wir runter. Wer hätt's denn gedacht? Natürlich, wir müssen in den allergrößten Abgrund der Abgründe fallen, weil's ja sonst keinen Abgrund gibt. Außer den größten Abgrund. Ist okay. Das sieht auch sehr vertrauenserweckend aus. Erinnert mich so ein bisschen an Stinger Flint Space. Mit dem Sand am Boden. You lost the ray. Mhm. Toll, ne? Ah, ich kann auch laufen. Hugo Bob. Okay, Hugo Bob. Okay, Hugo Bob. Okay, Hugo Bob. Ah, Hugo Bob. Lass mich in Ruhe. Schnell, 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 ihr blöden Türen. Geht hier bitte auf. Geht hier bitte auf. Oh mein Gott, ey. Knapper geht's nicht, oder? Schnell dadurch, schnell dadurch. Also nur, dass ich das richtig verstehe. Wir wurden jetzt von Hugo Bob nicht aufgegessen, sondern wir haben Hugo Bob zermanscht. Das ist ja auch mal eine andere Sache. Aber gibt's hier noch, das ging so schnell, dieses Spiel. Gibt's hier nicht irgendwas noch, was es zu entdecken gibt? Aber wahrscheinlich weniger, Leute. Aber ziemlich cool inspiriert von Poppy Playtime, muss ich sagen. Ein bisschen länger hätte es noch sein können, ja. Aber ansonsten ist das eigentlich ziemlich cool gemacht. Ich glaube aber, sonst gibt's hier leider Gottes nicht viel zu entdecken, Leute. Sagt mir gerne mal in den Kommentaren, wie ihr das Spiel fandet. Ich schieße jetzt noch ein bisschen auf Hugo Bob. Ich finde den Namen so nice. Lasst ein Daumen und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Danke fürs Zuschauen. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.